Nur wenige Meter vom Markt entfernt, aus dem Augenwinkel heraus, entdeckte Emily eine winzige, zarte Kreatur. Es war ein Kätzchen oder zumindest das, was von einem übrig war. Der Anblick brach ihr das Herz. Das Fell des Kätzchens war verfilzt und schmutzig, und sein winziger Körper zitterte vor Schwäche. Es gab einen schwachen Miau von sich, bevor es auf dem Gehweg zusammenbrach. Die meisten Leute gingen eilig vorbei, zu beschäftigt oder gleichgültig, um das Elend dieses hilflosen Tieres zu bemerken. Aber Emily konnte es nicht übers Herz bringen, dasselbe zu tun. Sie kniete sich hin, ihr Herz schwer vor Mitgefühl, und hob das arme Kätzchen sanft in ihre Hände. Ohne zu zögern, eilte Emily zur nächstgelegenen Tierklinik, wiegte die fragile Kreatur in ihren Armen. Das Gesicht des Tierarztes zeigte Schock und Besorgnis, als er das Kätzchen sah. Sein Zustand war viel schlimmer, als sich jemand hätte vorstellen können. Der Kleine war unterernährt, schwach und litt an verschiedenen Krankheiten. Der Tierarzt warnte Emily, dass die Überlebenschancen gering waren. Er drängte sie, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das Kätzchen es vielleicht nicht schaffen würde. Aber Emily weigerte sich, sich geschlagen zu geben. Sie sah etwas in den Augen des Kätzchens, einen Hauch von Widerstand, und sie schwor, um sein Leben zu kämpfen. Jeden Tag besuchte Emily den Tierarzt, goss all ihre Liebe und Fürsorge in das Kätzchen, das sie Cooper genannt hatte. Sie massierte seine Pfoten, half ihm, Kraft zu gewinnen, und lehrte ihn, wie man geht. Cooper stolperte und fiel unzählige Male, aber er weigerte sich aufzugeben. Er hatte einen unbeugsamen Geist. Wochen vergingen zu Monaten, und allmählich wurde Coopers Verwandlung zu einem Wunder. Seine einst geschwächten Pfoten wurden stark, und er machte zögernde Schritte, gewann langsam Balance und Selbstvertrauen. Coopers bemerkenswerter Fortschritt blieb nicht unbemerkt. Emily teilte seine inspirierende Reise im Internet, in der Hoffnung, für ihn ein liebevolles Zuhause zu finden. An einem Abend stieß ein Mädchen namens Lily auf seine Geschichte. Lily wusste in ihrem Herzen, dass sie Cooper adoptieren und ihm ein für immer Zuhause bieten wollte. Am nächsten Tag kontaktierte sie Emily, und sie arrangierten ein Treffen. Als Cooper und Lily sich schließlich in die Augen sahen, war es, als ob ihre Seelen einander erkannten. Cooper hatte einen langen Weg zurückgelegt, und jetzt hatte er sein glückliches Ende gefunden. Er wurde in Lillys liebevolle Familie aufgenommen, wo er Wärme, Zuneigung und die Freude des Geliebtwerdens erlebte. Cooper gedieh in seinem neuen Zuhause und brachte Glück in das Leben aller, denen er begegnete. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.